Mein Asthma. Sie sagten, Sie bringen das wieder in Ordnung, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Naja, hin und wieder machen Ärzte auch mal einen Fehler. Anna, wir werden den Fehler wieder ausbügeln. Benutzen Sie einen Inhalator? Jeden Tag eine Kartusche pro Woche. Und Sie benutzen ihn richtig? Sehe ich wie ein Idiot aus? Nein. Zeigen Sie mir mal, wie Sie ihn anwenden. Vielen Dank.